Ich heiße Rodrigo Gonsalves. Ich bin Kolumbianer. Ich habe zwei Kilo Gras in meiner Tasche. Warum lügst du die ganze Zeit? Was hast du davon? Gar nichts. Die Challenge. Ich könnte sie aber durchsuchen lassen. Ihre Versprechungen. Meine Mutter ist tot. Hier sind die Schlüsse von Maman. Was hätte dir gefallen, wenn du noch einmal hingehst? Ich bin ihre neue Nachbarin. Ich bin Pflegerin. Ich kümmere mich um Leute wie sie. Leute wie ich? Oh ja. Meine Eltern grillen am Sonntag. Darf ich sie einladen? Und das hier ist Jossler. So alt ist sie doch überhaupt nicht. Und ich bin die große Schwester. Ja, also das ist Florence. Meine Schwester, sie ist Single. Ihr habt euch bestimmt viel zu erzählen, so unter... so unter... unter Pariser. Was soll ich denn machen? Ihr sagen, dass alles gelogen war? Ich bin nicht behindert, ich will nur deine Schwester flachlegen. Da ist jemand für sie. Sie sitzt im Rollstuhl. Guten Tag. Oh, guten Tag. Hat man sie auf den Schreibtisch gesetzt? Oh, Baby. Wie ist die große Schwester so? Wie soll sie schon sein? Ist sie interessant? Ist sie schön? Hat sie was? Ich... Ah, Jossler. Oh, Klaus. Das ist mein Rollstuhl. Ja. Ist nicht die Laudnung, was sie da machen. Und sie fällt sowieso nicht drauf rein. Wenn ich glaube, da keine Schweißfüße. Du hast recht. Ich sag ihr alles. Wow. Josselin? Was ist? Es geht um ihre Darmspiegelung. Sie ist verschoben worden. Immer noch im Anus, aber am Donnerstag. Ist gut, Marie. Wie ist das? Untertitelung des ZDF, 2020